Stefan Meross, 46, ist nicht der erste Musiker, mit dem Anna-Karina Wojciak, 29, zusammen ist. Die schöne Musikerin und der Fernsehmoderator verliebten sich vor sechs Jahren ineinander. 2020 schipperte das Paar dann in den Hafen der Ehe ein. Doch natürlich gab es auch eine Zeit vor ihrer Beziehung, und so einige Ex-Partner. Anna-Karina war unter anderem mit Pietro Lombardis, 30 älterem Bruder, zusammen. 2011 machte Anna-Karina die Bekanntschaft mit Marco Lombardi. Damals nahm Anna-Karina bei DSDS teil, für den ersten Platz reichte es leider nicht, dafür verliebte sie sich in den Bruder des Staffelsiegers Pietro. Die junge Liebe war aber nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach drei Jahren trennte sich das Paar. Aber warum scheiterte die Beziehung damals eigentlich? Es ging nicht mehr, er stand einfach nicht mehr hinter mir, erklärte Anna-Karina Bild damals. Der Romanze trauert die Beauty vermutlich aber nicht mehr hinterher, immerhin wäre sie sonst nicht mit ihrem heutigen Ehemann Stefan verheiratet. Heiratet Heiratet Untertitelung des ZDF für funk, 2017